Ja, ihr hört richtig. Kabeljaukriege. Drei Stück. Ihr kennt die drei Kabeljaukriege nicht? Dann erzähle ich sie euch mal. Kommt mit. Und zwar reisen wir in die 50er Jahre. Unsere Geschichte spielt sich ab in Island. Das Land, ähm, Island hat nicht so viel zu bieten, um es mal so zu sagen, aber die haben Kabeljau. Und den haben sie auch immer gefangen. Aber andere Länder wurden so ein bisschen neidisch auf den Kabeljau. Vor allem Großbritannien. Die angelten nämlich auch sehr viel Kabeljau, angelten auch sehr viel vor Islands Küste. Die meisten Länder hatten damals ein Drei-Seemeilen-Abkommen. Das heißt, drei Seemeilen, so weit wie die Kanonen schießen konnten, gefühlt, so viel hat man sozusagen gehabt vom Meer. Und die Isländer kündigten dieses Drei-Seemeilen-Abkommen und sagten nun, wir wollen vier Seemeilen haben. Als Land kann man so eine Anforderung stellen. Das Ding ist aber, Island hat nicht so viel. Also Island hat drei Schiffe damals gehabt und das waren Küstenbach-Schiffe. Also die konnten jetzt nicht so viel schießen. Und die Briten hatten in dieser Zeit ca. 500 Schiffe gehabt. Also das heißt, Großbritannien wird das nicht einfach so hinnehmen. Und so war es auch. Denn der Kabeljau von Island war sehr begehrt und man hat ihn auch immer sehr oft gekauft. Diesmal haben die aber gesagt, ne, wir kaufen diesen Kabeljau nicht mehr von Island. Und dann haben die Isländer einfach den Kabeljau in Amerika verkauft und dann Russland. Also es hat nicht viel gebracht. Das heißt, da wurde Großbritannien schon so ein bisschen outplayed. Und die Isländer bemerkten, erstmal, es hat geklappt. Wir konnten es anscheinend irgendwie machen. Und sie haben bemerkt, dass es immer noch nicht reicht. Sie wollten immer noch mehr haben. 1958 hat man also versucht, die Zone noch größer zu machen. Und zwar wollte man diesmal zwölf Seemalen haben. Was schon sehr viel ist. Die Briten hatten genug. Kriegsschiffe fuhren mit den Trawlern, also mit den Fischerbooten, nach Island. Und fischten trotzdem den Fisch aus dieser Zone heraus. Und die Isländer hatten keine Chance gehabt. Mit drei Küstenbach-Schiffen kann Island nichts anrichten. Sie können nicht die ganze Zone kontrollieren. Und einen Krieg mit Großbritannien zu riskieren, im Kalten Krieg, wäre wohl nicht so gut. Vor allem nicht für Island. Wie können die Isländer den Kabeljau jetzt noch retten? Sie gehen zur NATO. Sie heulen bei der NATO, um es so zu sagen, und sagen, das geht nicht. Wenn die jetzt nicht aufhören, bei uns immer noch alles rauszufischen und diese Zone nicht annehmen, dann treten wir aus der NATO aus. Und das war immens. Das war krass gewesen. Und die NATO wollte nicht einfach nur Island verlieren, wegen so einem Scheiß. Sondern sie hatten auch so ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht sein kann, dass die Russen dann sehr viel Einfluss auf Island haben. Und wer weiß, vielleicht wäre Island sowas ähnliches wie das kommunistische Kuba geworden. Nur halt mit Kabeljau und kalt und naja. Ob es wirklich so gekommen wäre, weiß keiner. Auf jeden Fall hat die NATO Großbritannien auch so ein bisschen so dahin gelenkt, von wegen, ach komm, sag du einfach, ist alles okay. Und so war es dann auch. Die 12-Seemeinzone wurde angenommen. Der erste Kabeljau-Krieg, könnte man sagen. Und der war jetzt nicht so brutal gewesen. Keiner ist gestorben, nichts ist richtig passiert. Aber die Isländer haben ihre Forderungen durchbekommen. Und die Briten konnten nichts dagegen machen. Und mussten die neue Zone annehmen. Wir springen ins Jahr 1972. Die Fischbestände von Island waren sehr niedrig. Die Fischer hatten ein geringes Einkommen gehabt. Wenig Fisch, ich könnte weinen. Ich wünsche mir jetzt mehr Seemeilen. Vielleicht klappt es ja nochmal. Und wenn wir es jetzt nochmal machen, dann brauchen wir noch richtig viele Seemeilen. Das heißt, man hat jetzt eine 50-Seemeilen-Zone gefordert. Das war ein extrem großer Bereich. Man besaß somit eigentlich 30% der Grundfischerträge vom ganzen Nordatlantik. Also extrem viel Fisch. Und Großbritannien nimmt natürlich nicht diese Zone an. Warum sollten sie auch? Sie sind ja mächtiger als Island. Warum sollten sie es einfach zulassen? Selbst Westdeutschland schaltet sich nun ein und fährt auch dahin. Das heißt, die Briten und die Deutschen angeln weiter. Und die Kriegsschiffe waren natürlich auch wieder da. Island hat sich aber nun vorbereitet. Sie haben 5 Schiffe. Also 2 mehr als vorher. Und es sind immer noch Küstenwachschiffe. Eins davon sah so hier ungefähr aus. Und wie ihr schon sehen könnt, die haben was gemacht. Und zwar haben die einfach die Netze durchgeschnitten von den Trawlern. Und die Netze sind übelst teuer. Und das war wahrscheinlich eine sehr komische Situation gewesen, als man zum ersten Mal mitbekommen hat, dass das Netz einfach nicht mehr da ist. Und so zogen die ganzen Schiffe immer in Hand und her und haben die Netze abgeschnitten. Und manchmal gab es auch Kollisionen mit anderen Schiffen. So kam es zum Beispiel, dass es in einem isländischen Schiff ein Leck gegeben hat. Im Maschinenraum. Und Haldor Halfreoson wollte das Leck schweißen. Und dann kam aber Wasser rein. Und am Ende ist er da einfach gestorben. Ihr hört richtig, beim 2. Kabihaukrieg ist tatsächlich jemand gestorben. Und neben diesen ganzen Manövern und Netzabschneidungen, da müssen doch jetzt die Briten und die Deutschen reagieren. Nun ja. Selbst die beiden mächtigsten Länder der Welt, also nicht die mächtigsten, aber die waren sehr mächtig gewesen. Selbst die konnten es nicht schaffen. Selbst die konnten Island nicht bezwingen. Denn ein anderer Gigant stand noch gegenüber. Die USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten Angst gehabt, dass sie den Stützpunkt Island verlieren würden. Denn die haben dort nämlich ein paar Truppen drauf gehabt. Und es war strategisch einfach sehr wichtig, Island zu haben. Deswegen haben sie einfach zu ihnen gesagt, ey komm, lass das mal wieder, hört auf. Wir wollen einfach keinen Krieg da provozieren oder irgendwas provozieren. Weswegen diese verdammte 50-Meilen-Zone auch angenommen wurde. Der 2. Kabihaukrieg geht wieder mal an Island. Beim 3. und letzten Kabihaukrieg ging es Island schon wieder nicht so gut. Die Fischerei war immer noch am Arsch. Kommen wir zum Punkt. Ich bin pleite. Deswegen wollte der isländische Ministerpräsident Gier Hallgrimson, geil, dass es auch Gier heißt. 1974 eine weitere Vergrößerung der Zone. Diesmal auf sagenhafte 200 Seemalen. Also es wird immer größer. Irgendwann hat Island einfach die ganze Erde. 1975 tritt diese auch in Kraft. Mit Kriegsschiffen und Trawlern kamen Großbritannien und Westdeutschland schon wieder nach Island und fischten trotzdem weiter. Doch dann kamen sie. Die 5 Küstenwachschiffe, die einfach alles zerstört haben. Und die Nerze wurden wieder abgeschnitten. Und so weiter und so fort. Aber diesmal war dieser 3. Kabihaukrieg extremer gewesen. Es wird davon gesprochen, dass Granaten geworfen wurden und Leuchtraketen. Das war kein Spaß mehr gewesen. Das war extrem. Dieser 3. Kabihaukrieg ging sogar so weit, dass diplomatische Beziehungen zwischen Island und Großbritannien abgebrochen wurden. Also besteht die Gefahr, dass ein neuer Krieg ausbricht? 3. Weltkrieg wegen Kabihaukrieg? Nein. Die Briten nahmen natürlich die 200 Seemalenzone einfach an. Island, das Land, das grau, kalt, allein, ohne richtiges Militär irgendwo um den Nordatlantik schüllt, hat gerade eben die 3 Kabihaukriege gewonnen gegenüber Westdeutschland und Großbritannien. Sie haben alle Forderungen durchgesetzt bekommen und haben diese extrem große Zone gehabt. 1994 konnte aber jedes Land 200 Seemalen beanspruchen, also... Im Endeffekt war es eigentlich egal gewesen, aber sie haben es ein bisschen früher bekommen. Doch die Story endet noch nicht hier. 2006 flogen die Isländer mit 2 Aufklärungshelikoptern zu einem Trawler, der von den Farrer-Inseln immer näher gekommen ist. Dazu kam noch ein isländisches Flugboot, was von den Amerikanern angestellt wurde. Und wenn dieser Trawler nicht verdammt nochmal umdreht, dann werden sie ihn kentern. Oder entern. Also es gab wieder mal eine Situation, wo einfach fast ein fucking Fischerboot hops genommen wurde, weil es so nah rangekommen ist. Also die Isländer sind da sehr genau und sehr aggressiv, wenn es um Kabihauk geht. Übrigens, ehemalige isländische Kapitäne werden immer noch inoffiziell als Nationalhelden gefeiert für diese ganzen Aktionen. Island gehört nicht zur EU und treibt immer noch im Nordatlantik herum. Der eigentliche Gewinner ist nicht Island. Der eigentliche Gewinner ist der Kabihauk. Guckt euch hier mal an, diese Kurven, diese Eleganz, diese Rhetorik. Blub, 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 blub. Schreibt alle irgendwas mit Kabihauk in die Kommentare. Und bis dann. Nochmal ein fischiges Dankeschön an Yunis und Olli. Denn die haben mir das Thema überbracht, haben mir das ein bisschen erklärt. Und ich hab's jetzt irgendwie noch zusammengefasst bekommen. Und hab's irgendwie jetzt noch erklärt. Denn ich wollte eigentlich noch ein größeres Video dazu machen, aber es hat alles nicht geklappt. Egal, ich hab's trotzdem noch hochgeladen. Haut rein und ciao.